moin moin leute ich bin jetzt wieder am luther luther am barmenberg bin ich und werde hier mal am teich 2 mein glück versuchen auch gleich die nummer 15 normalerweise stehe ich immer auf der bachseite auf der anderen seite und dieses mal will ich mal hier auf der seite mein glück versuchen letztes mal habe ich zwei schöne große seelforellen und zwei große saiblinge rausgeholt und ich bin mal gespannt wie das heute so wird aber ich schätze mal es wird wieder richtig gut laufen die forellen sind auch sehr schön kampfstark an teich 1 da hinten genauso wie hier am teich 2 auf jeden fall und ja da werde ich auf immer mein glück mal versuchen falls für die leute die gerne herkommen möchten jetzt gerade sommerzeit genau sommerzeit ist darf man ab 6 uhr aufs glände auf seinem platz und 6 uhr 30 darf man dann anfangen zu angeln die karte hier 1 und 2 kostet 40 euro zwei routen und ja nachtanger gibt es hier auch und ja dann würde ich mal sagen sobald es los geht ist die kamera an bis dann die erste habe ich hier auf gummi auf pink schwarz mal gucken mal was die feine ist das ist ein seitling ist ein seitling jawohl er drückt immer schön nach unten da kommt er wieder aber ist ein schöner seitlich man sieht dass wir richtig viel runter drückt und ja wohl im kessel ja